Ich lese manche Bücher. Ich lese das sehr oft. Immer wieder. Agatha Christie zum Beispiel. Mir ist ganz egal inzwischen, wer der Mörder ist. Ich höre einfach vorher auf, dann weiß ich auch beim nächsten Mal nicht, wer der Mörder ist. Ich wünsche Ihnen, dass es so weitergeht. Ich wünsche Ihnen, dass unsere Leserzahlen steigen, steigen, steigen. Ich wünsche Ihnen, dass unsere Leserzahlen steigen. Ich wünsche Ihnen, dass unsere Leserzahlen steigen. Ich wünsche Ihnen, dass unsere Leserzahlen steigen. Das war's für heute. Musik Also vornehmen, glaube ich, kann man sich das ja nicht wirklich, weil man ist ja als Autorin und als Autor immer davon abhängig, dass die Blusen auch mitspielen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.